. 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 Du hast weiter gearbeitet, oder? Ja, ich habe den Steifen runtergebracht. Das ist cool. Jetzt ist es geil. Du hast es auch aufgezogen? Das ist noch kürzlich. Ich habe die Pieces von Mumbai überbaut. Das hier. Das habe ich vor einer Woche aufgezogen. Christian ist Graphic Designer und Künstler. Er hat ein Artwerk für alle meine Nervenplatten gemacht. Er hat hunderte Covers designt. Von Billy Johill zu Rage Against the Machine. Sein Werkzeug ist eigentlich digital. Nach all diesen Jahren hat er angefangen, die Collagen zu machen. Aus Papier. Und eigentlich Abreisse auf der ganzen Welt von ihrem Plakatbänden. Und macht eigentlich aus diesem Abfall etwas Neues. Er arbeitet mit mixten Medien. Also zwischen der digitalen und der analogen Welt. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie bei mir auch. dass ich inzwischen elektronisch und digital wieder auf das Akustische zurückgehe. Das ist auch cool. Genau. Das ist alles vom neuen Material. Ja. Das ist kombiniert in Mumbai in Prag. Er improvisiert ja auch. Das ist etwas, das ich die ganze Zeit mache. Und er arbeitet mit Fragmenten von Musik. So habe ich ihn kennengelernt. Das ist eigentlich so mit den Momenten leben. Und nicht irgendwie zu fest planen. Nicht zu fest studieren eigentlich. Oder einfach mehr vom Gatt aus, vom Bauch aus. Das ganze Erschaffen. Ich glaube, das ist das, was er sehr verbindet. Das ist das, was wir hier sehen. Und irgendwo. Und drop chords. Untertitelung des ZDF, 2020